Sorkinaz, AngryBot is back in space. Und zwar so richtig Star Citizen, da gibt es eine ganze Menge zu erkunden und auszuprobieren und zu tun und zu machen. Und ich bin hier eben fleißig am testen und nutze auch das Issue Council und so weiter. Wobei die meisten Bugs, die man so in einigen Stunden oder Tagen erschließen kann, auch schon enthalten sind. Das heißt, da lohnt sich eigentlich schon fast gar nicht mehr eigene Einträge zu machen, sondern die vorhandenen durchzuforsten und die richtigen dann zu bestätigen. Das nur mal als Hinweis, weil auch viele Doppelungen drin sind, das fällt schon auf. Die Anzahl an Doppelungen, das kann man vermeiden. Ja, unabhängig davon zeichne ich dann zwischendurch auch immer mal auf. Ganze Matches oder eben auch Abschnitte, um einmal Material zum Schneiden zu haben. Wenn ich später über 2.6 näher berichte, aber auch um euch mal zu zeigen, was im PTU so vor sich geht. Und ich hatte gerade eben einen Match-Einstieg. Leider war die Zeit da schon halb rum. Ich glaube, ich bin bei Minute 10 oder so eingestiegen. Das ist das, was ihr jetzt im Hintergrund laufen seht. Da sieht man jetzt ein Lack-Issue. Also zum Ende des Matches hin ist der Server, also die Instanz ist voll mit 24 Personen, mit 24 Spielern. Und es kommt zu erheblichen Lacks und Desyncs. Also zwischendurch hatte ich mehrmals die Vermutung, dass jetzt das Spiel abgestürzt sei, beziehungsweise gleich der allseits beliebte Disconnection Error 30.000 kommt. War es aber nicht, wie ihr auch anhand der Aufnahme sehen könnt, aber es gibt durchaus Probleme. Aber CRG ist fleißig. Es wird kräftig daran gearbeitet, wie ihr in dem Punkte-Screen am Ende sehen könnt, aber auch immer mal wieder zwischendurch in den Kill-Meldungen oben rechts waren auch CRG-Mitarbeiter in der Instanz drin. Also die Jungs testen genauso fleißig und schauen und suchen und tun und machen. Das sieht man ja auch daran, dass sie tagtäglich neue Updates raushauen. Und man muss dazu sagen, es funktioniert schon alles super gut, aber das war gerade übrigens die Tür klingeln. Nur so zur Information, falls irgendwer irritiert ist oder aufgesprungen ist, weil er denkt, bei ihm bimmelt es. Jedenfalls, ja, das ist schon sehr weit für eine Alpha, das heißt ich glaube schon, dass das durchaus der Release-Kandidat ist und die vielleicht jetzt nochmal eine Live-Version rausbringen, die ungefähr dem entspricht mit einigen Anpassungen, weil viel mehr werden die ohne Erweiterung der Serverstruktur, aber vor allen Dingen ohne entsprechenden Netcode nicht rausholen können. Ja, aber schaut es euch einfach an und dann könnt ihr euch selbst einen Eindruck machen und ich freue mich natürlich auch auf eure Erfahrungen aus dem PTU, sofern ihr denn teilnehmt in den Kommentaren und allen anderen, ja, zumindest so könnt ihr ein paar Eindrücke gewinnen. Bis dann, viel Spaß. Bis dann. 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 Das war's. 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 Spawning. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.